So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 hier bei Payday The Heist 2, nein, nur Payday 2, ne? Wir befallen jetzt einen Nachtclub, haben Maxi und ich auch schon mal gespielt und sind verreckt bei, aber zu dritt geht das, mit dem Bot. Und geh auf bereit. Ohne Bot? Ist echt so, ohne Bot. Warum? Der Bot zackt nur. Der liegt ja wieder rum und wir beraten. Dann beraten wir wieder rum und wir ihn retten noch nicht. Nicht, Maske. Nicht, nein, nein. Hast du eigentlich jetzt auch Stolperminen? Jaja, wie setzt man die hinein? Wieso hast du die? Hast du auch Techniker geskillt? Ja. Die setzt man ein, wenn du hier an die Wand gehst zum Beispiel. Ah, kannst du jetzt nicht. Und dann geh gedrückt halten, dann setzt du die. Jetzt geh gedrückt halten? Nein. Achso. Also wir könnten natürlich durch den Vordereingang gehen, aber das müssen wir anscheinend auch. Kommen wir nicht weiter. Hahaha. Ich kann ja einfach das Fenster halten. Nee, reinlouchern. Ich kann auch mal reinlouchern. Mit Maske und wenn ja. Chains ist doch so unauffällig mit seinen Handschuhen, ne? Und wir alle. Ja, und wir alle mit. Ja. Ja, wir können halt echt mit Schalldämpfer... Wenn wir einen Schalldämpfer haben... Schurzwesten und so noch mal. Ja, mit Schalldämpfer wäre es halt easy. Ja. Was war jetzt das Fragezeichen? Ja, der findet schusssichere Westen in die Komenwäsche anscheinend. Hallo, das ist in. Ja, hier einmal Garderobe. Ich möchte... Oh, keiner da. Okay. Ja, vorsichtig mal versuchen zum Büro zu kommen, ne? Ich guck gerade, ob die Geld liegt. Das war hinten. Hier einmal über die Tanzfläche beispielsweise. Oh, wollen wir noch ein bisschen chillen bei diesen geilen Ischen? Oh ja, Mann. Mal sehen. Ich gehe auf die Tanzfläche. Hallo. Na ja, die schießt ein bisschen. Und wie? Oh Gott. Das ist ein alter Oma hier, ey. Oh Gott. Hier geht's zum Mensch. Zum Mensch. Geht ab hier. Ich bin gerade in der Küche, Mensch. Ich kann nicht mehr. Ich bin ein Deck. Loll. What? Was geht ab? Ah, Maske auf! Du, Gelley, da ist Splasher! Ich hole die Karte, wenn ich noch weiß, wo die ist. Ich glaube, sie ist wie immer woanders. Die lag doch hier irgendwo. Ich habe den DJ ausgeschaltet. Jetzt gibt es erst eine andere Musik. Alter. Nimm ihn mal. Hast du ihn getötet? Ja, ja. Das meinte ich mit ausgeschaltet. Oh, Mann. So, erstmal schrie. Was geht hier ab? Oh, Geld, Geld, Geld! Geld, ich auf den scheiß Tisch. Geld! Such diese scheiß Schlüsselkarte. Keinen Bock, das aufzubohren. Ja, oder so. Ja, solange wir die Karte nicht gefunden haben. Ja, das stimmt. Ich habe schon einige Eise genommen hier. Such sie. Könnte ich die aufsprengen? Mal sehen. C4. Drei Mal. Ich kann die aufsprengen. Alles normal im Step. Dann spreng mal. Zurückbleiben, bitte. Die fehlen Kabelbinder. Richtig blöd, ne? Erstmal reinlaufen. Okay. Wir nehmen nur zwei Kabelbinder mit. Ach, das braucht C4. Und nicht Stolperminen, die auch explodieren und der gleiche Effekt ist. Aber nicht so heftig, oder? Naja, ja. Ich glaube, das würde schon klar mal wahr. Ich habe mal zwei gefangen genommen. Ich auch. Ich habe fünf Geißeln schon. Ich habe mich nicht mehr aufgelöst. Patrick, erst mal Skyrim. Habt ihr schon die Karte? Nein. Nein. Die Karten sind schon leer, alles klar. Jetzt ist das scheiß Fenster hier hinten offen. Ja, das ist ein Zivilist durchgesprungen. Wie du aufsacht auf der Tanschläge. Das ist geil auf der Aufnahme. Du, weißt du, er steht hier. Get up, hier. Get up. Oh ja. Ich gehe jetzt noch Pissen hier auf der Türen. Total Bock auf Feiern gerade. Ich repariere den Programm. Unten die Toiletten sind offen, glaube ich. Okay. Lecker, lecker. Hier auf dem Dach gibt es auch nichts. Okay, Polizeivorstoß. Doch, Geld gibt es hier oben. Polizeivorstoß ist jetzt im Gange. Oh ja, die Kassen. Geld! Der DJ mit seinen Apple-Laptops hier. Wird. Kann man ja die Nebelmaschinen ausstellen. No, Sir. Aua. Daunterspringen ist nicht so premium. Auf der Toilette ist, glaube ich, auch keine Schlüsselkarte. Aber irgendwo muss die doch sein. Police! Draußen. Vor dem Club. Erstmal Rauchgranate. Verstraßet sind. Klar, Moss. Genius, ey. Bist du gerade beim Bohrer? Ja. Wie lange? Minute. Lol. Die waren schon... Ah! Kann man doch noch mehr ausrauben. Oh, ist schon. Au! Alles in Ordnung. Knapp über eine halbe Minute. Der Bohrer steht. Nicht nur der. Hm. Alles klar, 40 Sekunden noch. Sack, bei 10 oder so Bescheid, dann könnt ihr schon mal herkommen. Ja, ey, das ist auch ganz premium hier. Bei Payday, man hat eine unsichtbare Wand hier einfach. Oh, da kann man ja nicht weiter. Die Levelbegrenzung ist echt Hammer. Wo man, wenn man hier richtig geil einbrechen könnte, ne? Anstatt diese Tore dann mal zuzumachen, ne? Die Gitter hier. Ja, und hier. No Entrance. Ja, könnte man richtig geil reinsneaken. Oh, no, Sir. Nicht mit den Entwicklern von Payday. Lieber nur Absperrung, als realistische Absperrung. Lügner. Okay, direkt rein, rutschen. Aber nicht den Typen umbringen, nehmen wir als Geisel. Äh. Wen denn? Hä? Tja. Ich weiß auch nicht, wen. Eigentlich war hier einer. Pura steht. Brauch drei Minuten. Da liegt doch noch ein halberat. Fünf Minuten. Fünf Minuten? Ja. Geld. Sniper down. Das waren fünf Minuten. Da haben wir doch hier ewig gechillt und die Treppe runtergeballert und so. Ich setz mich hier einfach hier runter. Was wollen die machen? So. Bin weg. Oh. Da sind Huse. Alter, ja, ich wollte gerade erschießen, ey. Die springen auch einmal durchs Dach rein, ne? Also passt auf. Ja, genau. Alter, bleib stehen, du Hure. Oh. Und stay there. Halt, ich komme von unten! Hoxton, follow me. Oh, wo? On me. Hoxton, come with 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 me. Das man die Tür noch nicht wieder zumachen kann, ist auch voll hohe. Ich glaube, die sind auf dem Dach. Ich denke, das merken wir, wenn wir auf dem Dach sind. Lass einfach da mal da chillen, ey, yo. Copy that. Lass da eine Runde chillen hier. Mit dieser coolen Lampe. Alter, die wollte ich gerade zerschlagen. Oh, das ist klar. Wir chillen hier eine Runde. Guck mir nichts an. Ich habe unten einen Stolper am Mienen gelegt. Ah, sehr gut. Ich mache den Bohrer wieder heine. Oh, ja, sehr gut. Ja, wir chillen hier, ne? Oh, man steht mal noch unten. Das ist noch mit einem Step. Got fresh im Step, wie du mir die noch so durchbimmst. Was war das? Jetzt kommen sie vom Dach. Jetzt kommen die. Dach! Sniper! Die sind drin, die sind drin! Ich sehe nichts. Von den Snipern auf dem Dach. Im Dach, ja. Im Fenster. Was war das? Hat noch einer Stolper mit? Ne, ne? No, Sir. Alter, die sind auf der Tanzfläche. Alter! Die gehen richtig ab. Diese scheiß Geißel, ne? Scheiß. Kann man die Disco-Kugel runterschießen? Glaub nicht. Ne. Ups. Fuck, sind hier viele. Nein, ich komme wieder und chill. Chillen ist das hier nicht mehr. Ach, ja. Oh, wie viel Moon da liegt? Meins! Wie oft der scheiß Bohrer kaputt geht, ne? Ich mache schon. Okay. Das fand ich so cool. Oh, hier ist mein. Tja, 160 Sekunden noch. Oh, jetzt sehe ich gar nicht wie viele... Oh! Okay. Ich glaube, du bist fast down. Mhm. Die campen bei deiner Stolpermine, aber rennen nicht rein. Okay, vergiss es. Ähm... Jetzt sehen wir gar nicht wie viele Geistern wir noch haben. Die sind drin! Bin down. Musst du nachladen. Und hat so wenig Moon, ne? Ja, bin ganz down. Was hat das? Flashbang? Kommt mal schnell hoch. Ich wollte von der Flashbang erwischt. Oh. Okay. Aua! Sniper! Sniper! Geh down! Hallo? Hallo? Fresse. Achso! Wir müssen den Safe öffnen. Nein! Das ist das Spiel uns, was sagt. Ja, achso. Bin down. Hm, Safe... Äh, Boran machen oder ihn retten? Ihr rettet mich und ich mach den Boran. Nein! Mensch! Ja, dann mach er auch! Mann, 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 ey. Stuck. Ich glaub, ich glaub ich möchte ganz schnell C4 haben. Könnten wir den einfach aufsprengen und fertig. Richtig. Ich stelle mir das Spiel richtig einfach vor, weil man sich einfach überall durchspringen kann. Man hat ja ne gewisse Anzahl. Bestimmt kostet es 60.000 oder so. Ja. Er ist Marschalldämpfer. Schön für die Pistole. Ja, den müsste ich nach dieser Mission hier haben. Oh, ich auch. Wenn wir es schaffen. Mhm. Ich würd auch sagen, wir versuchen auf jeden Fall alle Bags rauszuholen, oder? Das sind, ich glaub, sechs, sieben? Ja, klar. Die trage ich alle auf einmal. Mhm. Minute noch. Sniper-Team ist schon wieder. Die ist drin! Die kam mir direkt in die Fresse. Lol. Oh, ne Minibar. Das hat doch richtig Premium gemacht, dass man weiß, in welchen Fenstern die Sniper stehen. Wir könnten uns einfach hier hinten hinstellen. Und chillen. Ja, und Alkohol trinken, den ich gerade zerschlage. Nice. Sogar drei Gläser für uns, aber jetzt sind die kaputt. Oh. Du weißt schon, dass neben dir eben... Nein. Okay. Der war Torred schon. Halbe Minute. LOL. Oh, das bist du. Da kommen noch mehr rein. Ah! Fuck! Hilfe. Ich schlag ihn. Ich schlag ihn dann noch tot. LOL. Schlagen One-Hit-It, glaub ich. Echt jetzt? Na, nee. Aber der setzt auf jeden Fall aus dem Gefecht. EI! Ich sterbe! Mhh! Alter, unten sind so viele. Komm mal lieber hoch. Du weißt, dass der neben dir... Und nicht in den Vorstoß rauslaufen, na? Der Bohr ist auf. Achtung! Du kamen vom Dach. Sack das Geld ein, Jungs. Ja. Hallo. Ja, rennt er vor, nice. Hallo. Hä? Das sind nur drei Säcke. Da liegt noch einer. Du Sack. Nur drei? Ja. Na dann. Bloß der Bot soll das nehmen. Lass mal nicht runterspringen. Achso, hat er schon. Nee, runterspringen ist nicht cool. Malte, wie schwer das Geld ist, ne? Ja. Eigentlich sind das Scheine und keine Münzen, ne? Was? Wo rennst du jetzt, ne? Mann, irgendwie haben die Geiseln gar nichts gebracht. Oh fuck, kommt mal schnell. Wir müssen noch 30 Sekunden überleben, wenn es unser Luftwagen da ist, ne? Lass lieber nach oben chillen. Lass mal hier bleiben in der Küche. Oh. Was macht Chains? Guckt eben die Wand an. Steht hier so. Ich hab das. Ich hab das auch gleich. Ja, bin down. Nice. Ich helfe ihm hoch. Ich auch. Okay, dann hab ich schon. Okay. Alles klar. Nachladen und weiter geht's. Alter. Ich hab hier wieder halbes Geld. Ich hab hier wieder halbes Geld. Ich hab hier auch fast dran. Hä? Woher? Tanzfläche. Ich rück langsam vor. Smoke. Komm schnell. Komm schnell mit. Hier ist man ziemlich geschützt. Ich bin jetzt bei einem Empfang. Bei einem Empfang. Äh, was? Woher? Hast du da mit einem Empfang? Läu. Empfang. Wie viele? Jep. Kommt mal hier hinten irgendwie durchs Fenster. Ja, hier ist alles normal. Achso, hinten raus. Ich weiß gar nicht, wo lange ist hier. Da drüben hängt so eine Seitenstraße. Achtung von links auch. Das sind nur normale Straßen wollen. Ach, Dieter, gehst du dran vorbei. Stimmt. Nice. Ich bin down. Au. Ja, dann schnell wieder, schnell um Maxi, Scharen. Chains, hilf dir. Fuck, keine Moon mehr. Thanks, man. Das ist klar. Wo müssen wir denn hier hin? Da? Hier hinten durch, glaube ich, ja. Wenn man die Tür aufmachen kann. Nein, kann man nicht. Shit. Wir müssen einen Gang weiter. Ja. Ich hab nur noch Pistole. Ah, da vorne liegt Moon. Das ist normal. Wie schnell wir auch laufen, na. Ja, so schwer. Ja, ja. Okay, ich hatte noch nie so viel Geld, aber... Die kommen alle auch wieder aus dem scheiß Nachtclub da raus, ey. Hier, hier geht's lang. Zehn Meter, wir sind gleich am Auto. Ja, nice. Oh, das ist ein schöner. Auch eine schöne Folge. 40.000 gesichert. Nochmal. Noch was reinwerfen hier. Und raus hier. Komm schon, Chains. Na, das ist normal. Als freshman Step. Oh. Ah, geil. Tagessatz. Das geht, glaube ich, wieder super viel auf unser Offshore-Konto. Wow. Ja. Wo auch immer das ist. Wahrscheinlich werden wir uns absetzen wollen. Als alter Sack. Naja. Ich hab jetzt so Bock auf GTA 5. Oh, ja. Nice. 27.000 hab ich. 25.000? Das hat richtig was gebracht. Alter, jetzt erstmal. Insgesamt habt ihr das jetzt wieder gekriegt? Insgesamt. Und. Ja. K4-Gewehr ist jetzt im Kauf verfügbar. Fast Level 4. Fast Level 5, ey. Jetzt noch schön irgendeine Karte ziehen. Ich nehme an die Mitte. Ja, dann nehme ich auch mal, glaube ich. Ah, kein Geld, keine Maske. Schade. Geld. Hammer. 12.000. Wow, nice. Geld. Oh, 3.000. Der taktische Russe. Ich hab den Aufsatz schon, aber okay. Echt? Oh. Dann gucken wir uns das. Kann das was denn wieder mit der Folge waren? Auch in dieser Folge gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. Glückwunsch, du hast ein geiles Gewehr und ein riesen Penis. Gadget? Angriffsleuchte? Militärstandard. Irgendein Magazin kann ich mir noch kaufen. Alles klar, Schalldämpfer ist ausgerüstet. Bla, bla, bla. Du möchtest die Modifikation in deinem Arm. Ja, ja, ja. Zack. Nice. Ausgerüstet. Ausgerüstet. Panzerung, gibt's nix Neues. Nix Neues. AK? Oh, ein AK wäre da vielleicht auch fett, ne? Ah, kann ich mir auch leisten. Was ist denn, was ist denn besser? Oh ja. Die ist auf jeden Fall besser. Sichtbarer ist sie. Deutlich. Na, AK kaufen. Joa, für drei ist... für... Oder? Ah, ne, ich... Ich kauf die noch nicht. Oder? Ich gönne mir die. Ja. Ich gönne mir ja sonst nix. Zack. Ich gönne mir ja sonst nix. Dann noch kurz Fertigkeiten. Ob man da irgendwas skillen kann, hier. Du kannst uns schon schneller in den... Oh, zu teuer. Shit. Na gut, dann war's das jetzt für diese Folge. Haut rein, Leute. Bis morgen, wahrscheinlich. Tschüss. 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 Ciao. Vielen Dank.